Oder die Starhammerdorfer erzählt, der Apegaste, die sind auch Öklimä. Die Überschlagschaukel. Kannten sie dennoch? Überschlagschaukel. Da musste man mit zwei Mann, wenn du Glück hast, kratzt sie das Ding. Oder der Geerdet, die Strahlen hängen, diese Überschlagschaukel. Und die waren ja aus, das waren ja so Drahtgebir. Da waren wir ja wie in die Sperre. Eine Apegaste. Apegaste, das war... hier stelle, aus Rohr, geschlossen. Da war ein Dürer dran. Und das war mit Masche trotz. Und da waren da Stangen drin. Und dann war da an der Achse befestigt. Mittendrin ungefähr. Also gut, der Schwerpunkt blieb unten. Und dann murrte man so richtig in Schwung. Guck mal so langsam, stehend. Bis man dann so viel Schwung hat, dass man rüber schlagen kann. Apegaste ist eine Schaukel. Das ist eine Kaste. Da kann man allein fahren. Der Fahrer hält sich rechts und links fest. Und muss so richtig Schwung haben, dass der Ove rüber schlägt. Das ist eine Apegaste. Ich weiß ja nicht, ob der noch geht. Auf Pützchen, Ove, den weiß ich ja nicht. Man braucht also verdammt viel Kraft, um da rumzukommen.